Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu den besten News in YouTube-Deutschland. Herzlich willkommen zu den Cake News. Es gibt einige Updates zu den ganzen Gerichtsverfahren, die ich momentan gegen Shuyoka und auch gegen ihren Anwalt am Start habe. Erstmal haben wir eine negative Feststellungsklage eingereicht. Und die geht jetzt tatsächlich Ende Juni auch vor dem Landgericht in Braunschweig vor Gericht. Logischerweise, was auch sonst. Ich habe das Datum hier extra weggemacht und zwar aus zwei Gründen. Erstmal, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so öffentlich sagen sollte, denn das könnte mir auch so ausgelegt werden, als ob ich Druck auf Shuyoka aufbaue, wenn da irgendwelche Leute hinkommen. Außerdem wurde auch unser Erscheinen gar nicht angeordnet. Deswegen halte ich das erstmal geheim. Ich selber werde aber auf jeden Fall da sein. Wenn ich das posten darf, dann werdet ihr das hier auf jeden Fall noch mitbekommen. Dazu hat Shuyoka ja übrigens Klage am Landgericht in Frankfurt natürlich eingereicht. Klar, wer einmal da gewinnt, der geht da immer wieder hin. Das Ganze sieht so aus, dass momentan die Anwälte hin und her schreiben. Das Gericht wird wahrscheinlich bald eine Entscheidung fällen. Da ging es um die zweite Abmahnung, die ich in diesem Video hier bereits kritisiert habe, weil sie meiner Meinung nach einfach nicht haltbar ist. Aber auch der Anwalt von Shuyoka, Müller-Römer, ist gegen mich vor Gericht gegangen beziehungsweise geht gerade gegen mich vor Gericht, auch wieder vor dem Landgericht in Frankfurt. Und da geht es darum, dass ich in einem Video mal ein bisschen zurückgefrontet habe. Ihr erinnert euch, Müller-Römer hat ja einen sehr langen Text gegen mich auf seiner Seite veröffentlicht und dagegen bin ich ja dann auch rechtlich vorgegangen und habe auch in einigen Punkten eine einstweilige Verfügung erwirken können. Er hat meine Gegenfronts nicht so sehr gefeiert, unter anderem, dass ich ihn Loser genannt habe, weswegen er jetzt wieder gegen mich vor Gericht geht. Mein Anwalt hat dazu auch eine Erwiderung geschrieben und da steht unter anderem auch drin, dass er damit rechnen muss, dass ich ihm Kontra gebe, wenn er solche Sachen über mich behauptet und dass es klar gewesen ist, dass das passiert. Man hat ja auch immer das Recht auf Gegenschlag und genau das haben wir unserer Auffassung nach einfach genutzt. Ich kann hier bei den ganzen Sachen leider nicht so sehr ins Detail gehen, weil jetzt Schriftsätze von den Anwälten hin und her gehen und die haben teilweise 80 Seiten und das würde auch den Rahmen sprengen, aber einfach nur mal, dass ihr ein Update habt. Ich hoffe, dass es bei einigen Sachen vielleicht schon ein bisschen früher eine Entscheidung gibt, dann seht ihr das hier auf dem Kanal. Es gibt neue Informationen zu der ganzen Moist-Thematik. Und zwar habe ich ja in der letzten Woche in den Cake News erwähnt, dass er festgenommen worden ist und im Gefängnis saß. Das Ganze ist aber anscheinend einfach komplett gelogen. Unser guter alter Freund Just Mimi hat nämlich ein sehr, sehr starkes Video genau dazu veröffentlicht und konnte zeigen, dass die meisten Sachen einfach falsch sind. Aber ganz kurz, um euch abzuholen. Moist wollte sich anscheinend mit Chieno in Hamburg treffen, um über diese ganzen Spendenbetrug auf Paypal und so weiter sich auszutauschen, ein Video zu drehen, damit man merkt, dass Moist ja nichts falsch gemacht hat. Anscheinend soll Chieno aber die Polizei gerufen haben, weswegen es nie zu diesem Treffen kam. Anschließend wurde von einem Kollegen von Moist dieses Video hier veröffentlicht. Chienos Vater hat versprochen, dass es ein Treffen gibt und er Moist dabei haben will. Beide Seiten sollten ihre Beweise bringen und Moist hatte alles dabei. Stattdessen ist Chieno gar nicht beim Treffen aufgetaucht und ruft die Polizei und es kommt eine große LKA-Razzia im Hotel. Mein Onkel und Moist wurden daraufhin sofort festgenommen. Macht angeblich einer, der recht hat sowas? Es waren alles Lügen und er will Fame mit seinen Lügen erreichen. Das macht er schon immer. Aus Respekt vor seinem Vater ist Moist und mein Onkel extra nach Hamburg gekommen. Und ihr könnt es euch sicherlich schon denken, diese Polizeiaufnahmen, die wir gerade gesehen haben, die sind gar nicht aus Hamburg. Das konnte Just Nero eindrucksvoll beweisen. Die Rede war vom George Hotel in Hamburg. Dort soll Moist ja während einer riesigen Razzia festgenommen worden sein. Hier haben wir die Aufnahmen vom Polizeieinsatz. Wir prägen uns die Gegend mal ganz genau ein. Eingekreist sind dieser Stein oder was auch immer das ist. Das leuchtende Schild, das weiße Schild daneben mit dem schwarzen Schriftzug und die Laterne. Hier haben wir den Ort des Einsatzes bei Tag. Wir sehen die Schilder, den Stein, die Laterne. Ebenfalls sehen wir das Blutspendezentrum neben dem Europahaus. Folgen wir dieser Straße noch ein wenig, sehen wir diese beiden Türme jetzt auch besser. Eine edgy Seite von mir wollte gerade einen dummen Witz machen. In diesen Türmen ist eine orthopädische Privatpraxis. Massenberger Straße in 44797 Bochum. Das ist ein völlig anderer Polizeieinsatz gewesen. Just Nero hat zwar in den Kommentaren nochmal angemerkt, dass er anscheinend tatsächlich von der Polizei mitgenommen worden ist, auch aufs Revier, er aber einige Stunden später oder relativ zeitnah das Ganze auch schon wieder verlassen konnte. Das Ding ist, dass jetzt aber dadurch Lügen von Mois aufgeflogen sind. Unter anderem hat ja sein neues ominöses Management gepostet, dass Mois derzeit verhaftet ist und deswegen das Management der einzige Ansprechpartner ist. Das ist aber faktisch gesehen einfach nicht der Fall. Dazu hat Just Nero sich auch ein bisschen über dieses Management informiert und anscheinend ist das auch nicht ganz so seriös. Eigentlich wollte ich ja eine seriöse Anfrage an das Management stellen, was dazu halt gesagt wird, einfach bitte um Stellungnahme. Nur leider fehlt der Kontakt. Abgesehen von Instagram-DMs. Der müsste angegeben sein. Wo wir gerade dabei sind, frage ich mich außerdem. Wo sind die für das Management verpflichtenden Angaben gemäß § 5 TMG? Wo ist die Umsatzsteuer-ID gemäß § 27a Umsatzsteuergesetz? Wer ist verantwortlich? Habt ihr keine gestellte Plattform der Europäischen Kommission zur Online-Streitbeteiligung? Manche Sachen davon sollte man haben, andere wiederum muss man haben. Ab der Sekunde, wo man in einem Rahmen tätig wird, der mit geschäftlichen Aktivitäten zu tun hat. Im Unternehmensregister habe ich leider auch nichts zum Management gefunden. Genauso wenig haben meine Recherchen beim Patent- und Markenamt ergeben. Hier kommt natürlich sehr stark der Verdacht auf, dass diese Geschichte nur erfunden worden ist, damit man kein Statement bringen muss oder noch Zeit hat, sich irgendwas auszudenken. Das Ganze geht aber auch noch weiter. Mois hat dann Maestro in einer Instagram-Story Props für ein Video gegeben. Gleichzeitig hat Maestro aber auch ein Statement gepostet, wo drinnen steht, dass Leute aus dem Umfeld von Mois wollten, dass dieser ein vorgefertigtes Statement veröffentlicht, um Mois Rücken zu geben. Sie haben ihn dazu auch bedroht und meinten, hey, wir wissen, wo du wohnst, wir kommen sonst zu dir, poste das jetzt lieber mal. Und das Ganze geht logischerweise gar nicht. Diese Leute wissen auch, dass Maestro zu Hause ein einjähriges Kind und seine Frau hat. Da dann solche Spielchen zu spielen, ist meiner Meinung nach einfach absolut widerwärtig. Maestro hat dazu dann auch noch ein Statement gepostet, hat sich nicht runterkriegen lassen und hat doch gesagt, dass ihm diese ganzen Sachen egal sind und man ihn wirklich einfach in Ruhe lassen soll. In dem Statement hat er auch gepostet, dass er noch so krasse Sachen über Mois gar nicht veröffentlicht hat, dass die lieber mal still sein sollen. Anscheinend haben sie sich damit auch zufrieden gegeben, ist aber meiner Meinung nach trotzdem ziemlich ekelhaft. Leider geht das Thema auch noch weiter. Sorry, da ist so viel abgegangen, es ist unfassbar. Es geht ja auch noch um den goldenen Eye-Clip. Mois hat mal in einem Video gesagt, dass er einen goldenen Eye-Clip im Wert von 20.000 Euro verlosen möchte. Shieno hat ja dann in einem Video gezeigt, dass er diesen Mois abverkauft hat. Schon das war ziemlich dumm, aber die Story geht noch weiter. Denn Jasnero hat mit dem Besitzer von Eye-Clip einfach mal gesprochen und Shieno ist ja logischerweise gar nicht der rechtmäßige Besitzer dieses Eye-Clips, auch wenn er ihn gekauft hat, weil Mois den ja gar nicht hätte verkaufen dürfen, sondern der sollte verlost werden. Und der hatte sich selber bei Eye-Clip gemeldet und wollte denen das Ding verkaufen, an dessen Besitz er ja gar kein Recht hat. Das Ganze hat dazu geführt, dass Mois jetzt eine Strafanzeige wegen Unterschlagung und Shieno wegen Hehlerei bekommen hat. Das muss man sich einfach mal überlegen. In der E-Mail, die Jasnero bekommen hat, steht auch noch drin, dass es eine Hausdurchsuchung gegeben hat oder geben wird. Und dann wird geschaut, ob man diesen Eye-Clip sicherstellen kann. Sollte irgendwer dafür sorgen, dass der Eye-Clip wieder zu denen kommt, ist übrigens eine Belohnung über 5.000 Euro ausgesetzt. So, eine Sache bei der Mois-Thematik gibt es auch noch. Tut mir leid, dass das jetzt hier so lang ist, aber es passiert gerade so viel, es ist unfassbar. Und zwar geht es um den Paypal-Spendenbetrug. Da hat das Management jetzt tatsächlich ein Statement gepostet. In diesem Statement schreiben sie, dass das jetzt länger gedauert hat, weil das alles juristisch so problematisch ist und man kann nicht alles zeigen. Aber morgen ist das alles ganz anders. Was ich nicht verstehe, weil warum ist die rechtliche Geschichte morgen komplett anders als heute? Aber okay, nehmen wir das einfach mal so hin. Der krasse Beweis dafür, dass Mois ja keinen Spendenbetrug begangen hat, ist jetzt ein Screenshot aus der Paypal-App vom 6. Februar um 22.53 Uhr. Und da kann man sehen, dass tatsächlich nur etwas über 16.000 Euro drauf sind. Das Ding ist hier, man weiß gar nicht, was das für ein Paypal ist und man kann sich ja auch Geld vorher auszahlen lassen. Also schon hier ganz weird, das so zu posten. Aber es wird tatsächlich noch dümmer. Und zwar hat eine Meme-Seite das Ganze so halb exposed. Dieses Video von Mois, wo er um die Spenden gefragt hat, kam nämlich am gleichen Tag um 21.05 Uhr raus. Das heißt, der Screenshot, den er gemacht hat, der war 90 Minuten, nachdem das Video online gekommen ist. Also ist die Aussage mit den angeblichen 100.000 Euro erstmal gar nicht so weit hergeholt. Aber logischerweise kann man davon ausgehen, dass der Betrag am Ende deutlich höher gewesen ist. Das Ganze macht es eher unglaubwürdiger, dass er das nicht gemacht hat. Wieso postet man das von sich aus? Ich kann es nicht nachvollziehen. Dazu hat auch Jasnero noch folgende Anmerkungen in seinem Video gemacht. Es gibt übrigens auch irgendwie verschiedene Paypal-Adressen. Unter dem Erdbeben-Video war das slash Moisunsale. Unter einem anderen Video, ich nehme einfach mal das Video, nimm meine Kreditkarte und heb ab, so viel du willst. Gänsehaut. Darunter ist die Adresse slashunsale. Das heißt natürlich nicht, dass er das jetzt gemacht hat. Aber diese ganze Paypal-Spenden-Sache war super undurchsichtig. Mois kann bisher auch nicht beweisen, dass das ganze Geld wirklich dahin gegangen ist. Und überhaupt ein Paypal-Konto zu nutzen, wo auch noch Firmen drauflaufen und auch private Dinge, ist halt an sich schon absolut dämlich. Also selbst wenn er das nicht absichtlich gemacht haben soll, was eine sehr nette Aussage von mir ist, selbst dann ist das Ganze super weird umgesetzt. Denn er müsste ja jede einzelne Spende, die gekommen ist, einzeln rausschreiben, um zu gucken, wie viel von ihm privat auf dieses Paypal-Konto kommt und wie viele Spenden gewesen sind. Ja, mal gucken, wie das Ganze weitergeht. Es gab noch ein Statement von Mois auf dem Barello-Kanal, aber das war absolut weird. Habe ich auch keinen Bock, mir das komplett anzugucken. Sage ich euch ganz ehrlich, viel Inhalt hatte das nicht. Deswegen kommen wir mal zum nächsten Thema. Ich habe quasi Frieden geschlossen mit Chum Broke, meine Freunde. Und zwar habe ich ja vor zwei Wochen ungefähr ein Video über Chum Broke hochgeladen, weil er meiner Meinung nach in der Jindaui-Sache und mit seinem Verhalten, was er mir an den Tag gelegt hat, sich etwas widersprochen hat. Er hat jetzt auf dieses Video reagiert und ist tatsächlich sehr sachlich und ruhig und auch nett geblieben. Ich dachte schon, ich werde zerstört Glück gehabt. Unter anderem entschuldigt er sich auch zu der Aussage, die er zu meinem Sohn gebracht hat. Einer macht das mit deinem Sohn gut, wenn er mal irgendwo zu einem Event geht. Ja, das ist eh klar von mir. Dass ich sage, dass das hoffentlich immer bei deinem Sohn macht, das nehme ich zu 100% zurück. Also hinter diesem Satz stehe ich auch nicht mehr. Auch bei den anderen Sachen hat er, ja, hat sich jetzt nicht so richtig entschuldigt, aber hat schon gesagt, ja, war jetzt nicht ganz so korrekt. Du musst das alles zurückkriegen. Deine erste Strafe ist, dass deine Freundschaft hat. Deine Strafe ist erstens, dass deine Freundschaft hat. Ja, Bruder, was soll ich machen? War geladen auf ihn, ich und Kuchen hat nicht das beste Verhältnis. Ja, hart. Wenn jetzt Kuchen wirklich sagen wird, ey, ich habe damals auch Depressionen und du bist auf mich draufgetreten, dies, das, muss ich mir gleich gucken, was wir einfallen lassen, um zu antworten. Aber okay. Ein böser Mann. Ein böser Mann aus Istanbul. Außerdem hat er dazu noch gesagt, dass wenn mich irgendwelche Videos jetzt wirklich krass stören, dass er gerne bereit ist, diese offline zu nehmen. Oder was? Wenn dich dieses Video so krass stört, Tim, dann kommentier doch einfach das Video und sag, ich will, dass du das Video rausnimmst. Soll ich es rausnehmen? Ist doch kein Problem. Und am Ende hat er mir sogar noch mal alles Gute gewünscht. Dir alles Gute. Ich habe mitbekommen, du bist wieder in einer Beziehung. Viel Glück. Wenn du damals Fehler gemacht hast, mach sie diesmal nicht. Alles, alles Gute dir und deinem Sohn, okay? Weil der hat damit nichts zu tun. Ich bin für Frieden. Wenn du was noch zu reden hast oder wenn du noch was von mir hören willst, irgendwas, wo auch immer, wo ich dir Unrecht getan habe, bin ich bereit, mich auch da gerade zu machen. Er hat auch in dieser Reaction gesagt, dass er gerne bereit ist, dass wir einen gemeinsamen Podcast für seinen Kanal machen und einen Kaffee und Kuchen auf meinem Kanal. Ich habe ihn tatsächlich geschrieben. Er hat mich auch wieder entblockt und wir tauschen uns da gerade aus. Müssen wir mal gucken, wann wir beide Zeit haben. Aber die Sache mit John Broke ist für mich auf jeden Fall geklärt. Sehr erwachsene Reaction von ihm, muss man sagen. Hat das Ganze sehr sachlich rübergebracht. Und ja, wenn ihr euch auf dieses Video von uns beiden freut, dann lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Okay, thanks, bye. Bye-bye.